Hast du noch nie deine Entscheidung bereut? Nicht ein einziges Mal? Darf ich dich was fragen? Was hast du dir gewünscht, als du zum Magical Girl wurdest? Weißt du, ich wollte mit jemandem zusammen sein, den ich früher einmal sehr geliebt habe. Doch Menschen ändern sich und mittlerweile sind wir getrennt. Es klingt banal, aber damals war das mein größter Wunsch. Ich war nun mal verliebt und ich hätte alles dafür getan, dass wir zusammenkommen. Aber eines steht fest. Hätte ich gewusst, was mich erwartet, wäre ich lieber kein Magical Girl geworden. Wäre dieser alberne Wunsch doch nie in Erfüllung gegangen. Weißt du, unser Schicksal steht fest. Irgendwann kostet uns das unser Leben. Müsste nicht bald deine Haltestelle kommen? Wir sind gerade leider dran vorbeigefahren. Sag mal, bis wohin fährst du eigentlich, Kuroi-san? Bis Kamihama.